So, hier fängt gleich die Saison wieder an und dann stopfen wir mal die Lager voll mit Essen. Das war ja ein Reinfall mit Bambus. Ja, 62, ja. Ja, ja. Ach, die habe ich gar nicht weggemacht. Ach, jetzt wissen sie nicht, wo sie hin sollen. Naja. Ach, da kommt schon der nächste Händler. Ist er dabei? Aber ich glaube, ich habe gar nichts, ich habe gar nichts hier drin. Bestelle ich mal was. Am besten... Ach, jetzt wieder finden wir hier die Maulbeeren und Oliven. Da kann man Öl draus machen. Frühling! Auch irgendwelche Bäume, die man vielleicht essen kann. Okay, Chessie! Nee, Moment mal. Farmer haben wir drei. Ach, einer ist erwachsen. Forrester haben wir so viele. 300 Holz haben wir. Da brauchen wir nicht so viel. Fischer können wir zwei wegnehmen. Hunter brauchen wir auf alle Fälle für die Jacken. Das funktioniert ja gar nicht so. Taylor brauchen wir auch noch. Welche in der Mine? Ach, wo sind die alle hin? Acht jetzt. Eisen haben wir auch erstmal genug. So, zwei noch. Forrester, Gatherer, vielleicht hier ein wenig und hier ein wenig. So, reicht. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Was ist hier? Ja. Ja. Gibt's da ein kleines Haus, was da reinpasst? Was gibt's überhaupt noch für Häuser? Ein Steinhaus? Ein Countryhaus? Ach, da braucht man... Weiß man nicht. Irgendwas. Ist einfach nur besser. Ah, bis zu vier. Ah, extra für New Families. Aha, bis zu sechs, Leute. Oh ja, das ist groß. Ist das Office-Ass. Aha, sechs, Leute. Boarding House, ja. Improved Boarding House. Naja, brauchen wir erstmal nicht. Ha, einer ist erwachsen. Der geht jagen. Aber das ist ja die einzige Quelle für Leder. Und das finden wir nicht. Und das finden wir einfach nicht. Ja, da haben wir den Salat. Der findet jetzt kein Leder mehr. Der Taylor. Ach so. Dann machen wir aus Reed. Vielleicht hilft das ja auch was. Ne, immer noch drei. So, Hanf, ja. Für die Seile. So, arbeitet der noch? Bambus hat er noch drin. Haben wir noch Bambus? 1400. Naja. Ach, wo holt denn der Brokkoli her? Hat er geklaut. Die Gesundheit geht runter. Was kann man dafür machen? Hörbs haben wir, aber da ist keiner, der die verteilt. 172. 172. Mal gucken, ob das überhaupt runter geht. Habe ich noch nie gesehen. Aha. So, ach. Ein Krankenhaus. So was bräuchte man ja auch mal. Und wir brauchen unbedingt mal Nomaden hier. Kommt alle her. Der ist alleine? Was? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Der hatte da eine Frau vorher noch. Oh Mann. Was? Okay. Sie ist eine Frau und sie ist ein Mönch. Naja. So, was? 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 Einer arbeitet da. Na, der schafft aber ordentlich. Wir haben jetzt gar kein Essen mehr. Oh Mann. Aber wir sind ja durch den Winter gekommen. Wie sieht es mit dem nächsten Winter aus? Boah, da ist einer erwachsen. Und da kommt schon der nächste Händler. Meine Stadt ist beliebt. Ha, jetzt nenne ich schon Stadt. So. Ja, mach mal einen Fischer. So, was hat er? Ah ja. Boston Lettuce. Ja, da haben wir den Salat. Chili. Pecan. Ja, aber wir haben ja nix. Ne, bei dem habe ich anscheinend auch noch nicht bestellt. Und Walnüsse. So. Ach, da möchte ich auch gleich Baumwolle bei dem. Wo ist C? Hier. Ne. Gibt es nicht Cotton? Hat er nicht? Ne. Hat er nicht bei. Das ist ja doof. Tschüssi, oder? Ich habe es nicht gesehen. Aber wir können ja noch so... Ach. Habe ich den vergessen? Ne, da ist schon wieder einer erwachsen. Tja, wo können wir den aber jetzt hinstecken? Fischermen? Naja, 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 naja. Hunter sind vier, das ist gut. Oh, wir haben jetzt so viele Leute. Noch einer? Mann! Zwölf Studenten und zwölf Kinder auch noch. Oh ja, so. Der macht mir jetzt einen auf... Bauarbeiter, dann baut er noch ein Haus. Ohne hin. Ne. Hier würde ich ja eigentlich noch weiter gehen, ne? Wo kommen wir denn da hin? Ach, aber dann sind die auch so weit vom Markt weg, ne? Das ist ja auch nicht so cool. Sollen wir hier noch eine Reihe machen? So, hinten bis ran. Jawohl. Und gleich so eine Schiebierstraße. So, naja, mal gucken. Nein, das geht noch nicht. Hier. Und ran. Hier auch. Ne. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Da sind sie alle bei. Die haben alle Langeweile jetzt. Schon voll mit Holz. So, Food ist immer noch... Das gibt's doch nicht. Wir haben so viele Leute. Ach, ist er fertig? So, ach, dann brauchen wir den auch nicht mehr. Dann haben wir jetzt noch mehr. Wo kommen denn die alle neu her jetzt? Der Bundler ist... Oh, nein. Ja, die sind neu eingezogen und haben direkt Hunger. Ach, ist weg. So. Food Production. Ich hab doch irgendwo mal gesehen. Hunting Blind. Da braucht man Seile. Nein! So, Tidal Pool kann man auch... Da kann man auch Sachen ernten. Kann man das hier machen? Aber da ist doch Wasser. Akzeptieren sie nicht. Uncool. Der Bundler ist auch voll. Alle sind voll. Geht es am Fluss? Ne, da muss man es hier hin machen. Da geht's. So, erstmal bauen. So, ach, alle sind... Alle sind voll. So, arbeitslos. Arbeitslos. Alle beide. Und jetzt kommt der nächste Händler. Moment mal. Haben wir vielleicht jetzt irgendwas... Viel... Bienenwachs ist nicht so toll. Furniture haben wir. 95. Na, erstmal gucken, was er bei hat. Wir haben jetzt fünf Leute, die könnten das bringen. So. Bisons. Jetzt haben wir Bisons kaufen. Ich brauche ja auch erstmal eine Weile, bis sie was kriegen. Bis die Essen produzieren. Bisons. Doch. Doch, ich möchte die haben, so. Furniture. Habt ihr euch gesehen, wir haben 95. Wollen wir einfach mal 95 rein. 95. Die haben, glaube ich, viel gebracht. Die haben, glaube ich, 22 oder so gebracht. Ach, los. Fünf. Direkt. Abmarsch. So, die Bauarbeiter. Ach, dann stellen wir hier welche ein. Zwei können machen. Macht mal hier, hört mal auf. So. Da rät's direkt los, aber nicht Reeds, sondern Turtles. Das war auch nicht so cool, aber wir brauchen ja Essen. Und jetzt haben wir keine Werkzeuge mehr. Das gibt's ja nicht. So. Ja, weil er keine Powerhaken mehr hat, um die Wiese hier zu haken. Vier Kühe schon. Wunderbar. So, ist hier schon alles da? 95 sind da. So, mach mal eine Pause, bitte. Was passiert denn, wenn wir alle 95 geben? Dann haben wir 2000. Oh, 2006, wenn ich drei kaufe. Was? Ach, so 2000 nur. Kopfrechnen und so. 71. Sechs zu viel, macht nix. Trade. Okay. So. Ach, weiter geht's. Ach, und jetzt müssen wir natürlich... Wo ist denn sowas? Food Production, genau. Standard Pasture. Machen wir die hier auch hier an den Stadtrand, ne? So. Das macht Laune und wir haben keinen... Doch, der ist schon dabei. Crew Tools, Iron Tools, ja. Welche sind besser, ne? Boah, den würde ich ja auch gerne aufwerten. Aber wir haben... Wir haben... Ach so. Ach so. Coal haben wir nicht. Ne. Mach mal hier. Dann brauchen wir die schon nicht mehr. Eins, zwei, drei. Ja, dann nehmen wir alle beide... Da ist alle beide rein. Die machen Charcoal jetzt... Was ist hier leer? Minus drei? Ah, ich dachte schon, wir hätten jetzt da Brokkoli reingesteckt. Einfach so. Fahr mal weg. Boah, und jetzt muss man erst mal gucken, wo man die alle hinstecken kann. Bilder brauchen wir gar nicht so viele. Ach, ist fertig. Was ist denn das? Warum sind das so ne Bilder? Ja.